Ich habe sehr um Verständnis dafür geworben, dass wir bei allen Öffnungsmaßnahmen, die wir beschließen, immer auch darauf achten müssen, dass wir am Ende keine Rückschläge in der Bekämpfung der Pandemie erleiden. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. In diese digitale tider. Ja, das bedeutet ja alles. I dag ist es ja vollständig, wie es sich auf jeden Tag zu halten. Ja, das ist fantastisch. Man kann aufzuhören in seinen butik wieder. Wir haben ja viele, die jetzt aufzuhören, können wir wieder öffnen. Ja, genau. ... 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